Ich muss kurz was sagen, ihr seid krank, so geil, Alex Meyer, Fußballgott, Alex Meyer, Fußballgott, okay, aber wir haben eine Maschine in der Mannschaft, ein König. Der Mann ist gestrigen Abends, Ante Redic. Und, und, ist ein bisschen komisch, weil ein Stürmer, der die Nummer 4 hat, ist ganz komisch, aber was der Junge gemacht hat gestern, was ist da unglaublich, oder? Der hat vor dem Spiel gesagt, er hat vor dem Spiel gesagt mit seinem Superdeutsch, Bruder, schlag den Ball lang. Das ist sensationell, das ist richtig gut. Und ich habe gesagt, Bruder, ich schlag den Ball lang. Großartig, großartig. Wenn ich sage Ante, was sagt ihr? Ante, 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 Ante. Danke, Männer. Danke, Männer. Danke, Männer. Danke, vorne. Danke, wir souvent. Vielen Dank.